Ab dem 17. November öffnet der kranger Weihnachtszauber 2022 wieder seine Tore. Wir zeigen euch wieder die Aufbauarbeiten. Das heutige Video ist am 21. Oktober 2022 entstanden. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Impressionen vom Aufbau. Bis zum nächsten Mal. 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 wir hoffen unser erstes aufbau video zum kranger weihnachts zauber 20 und 22 hat euch gefallen ab sofort gibt wenigstens einmal in der woche neues aufbau video ja wir hoffen das video hat euch gefallen dann gibt dem video gerne daumen nach oben über ein abo wenn wir uns natürlich auch sehr freuen und denkt dran die glocke zu klicken denn so verpasst ihr kein aufbau video zum kranger weihnachts zauber wir sagen bis zum nächsten video